Borussia Dortmund 5 zu 1 Hannover 96 90. Minute plus 1. Minute mit diesen Worten verabschieden wir uns von der Partie, schön, dass Sie mit dabei waren. Auf Wiedersehen. 90. Minute plus 1. Minute Schwarz-Gelb legt im Meisterkampf vor, durch eine starke Leistung im zweiten Durchgang siegt der BVB auch in der Höhe verdient mit 5 zu 1. Nach der Pause verpasste es 96, ähnlich schwungvoll wie zu Beginn ins Spiel zu finden, auch Dortmund blieb lange ruhig. Dann war es der starke Reus, der mit seinem 2 zu 0 nachlegte. Innerhalb von sieben Minuten stand es durch den Kapitän, Mario Götze und Raphael Gehiro 4 zu 0. Hannover kam durch Bacalot zum Ehrentreffer, doch die Partie war schon viel früher entschieden. Axel Witzel gelang das 5 zu 1. Für André Breitenreiter wird die Luft immer dünner. Hannover bleibt durch die Niederlage der Nürnberger 17. Nächste Spiele Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, A, 1899, Hoffenheim, H, 1. Das war der Schlusspunkt. Dortmund besiegt Hannover mit 5 zu 1 im Tore, 1 zu 0 Aschraf Hakimi, 24. 2 zu 0 Marco Reus, 60. 3 zu 0 Mario Götze, 62. 4 zu 0 Raphael Gehiro, 67. 4 zu 1 Marvin Bacalotz, 86. 5 zu 1 Axel Witzel, 90. Plus 1, 90. Minute Sancho bedient Witzel von links im Zentrum, der Belgier wird nicht angegriffen. Sein Distanzschuss kommt verdeckt für Esser, der Ball schlägt gegen den linken Innenpfosten und dann ein. 90. Minute Plus 1. Minute Denkste Axel Witzel mit dem 5 zu 1. 90. Minute Dann ist in wenigen Minuten Schluss. Dortmund zog nach dem Gegentreffer nochmal an, doch viel wird hier wohl nicht mehr passieren. 86. Minute Der kam dann doch überraschend. Bacalotz wird im Mittelfeld nicht angegriffen, setzt sich dann in der Dortmunder Hälfte gut durch. Sein Schuss aus dem Zentrum wird im Strafraum von Diallo abgefälscht, Bürki ist im falschen Eck. 86. Minute Und dann Marvin Bacalotz. Hannover verkürzt auf 1 zu 4. im 85. Minute ein klares Zeichen von André Breitenrette. Mit Hatzik und Diersen kamen zwei Youngster, eben nicht Schwegler, Wallers oder John Essas. 84. Minute Letzter Wechsel auch bei den Gästen. Benjamin Hatzik kommt im Sturmzentrum für Hendrik Weidand zu seinem Bundesliga-Debüt. 81. Minute Die letzten 10 Minuten sind angebrochen. Das Spiel ist natürlich längst gelaufen, Lucia Favre scheint mit seinen Wechseln nun etwas Spielpraxis für Dahoud, Alkaka und Co. zu schaffen. 79. Minute Dritter und letzter Wechsel beim BVB, Thomas Delaney wird durch Mahmoud Dahoud ersetzt. 75. Minute André Breitenrette nimmt Nikolai Müller runter, Tim Diersen ersetzt ihn. 74. Minute Innerhalb 7 Minuten von einem 0 zu 1 zu einem 0 zu 4, konnte man die Hannoveraner nach dem Rückstand im ersten Durchgang nach loben, hängen jetzt natürlich die Köpfe. 71. Minute Wieder taucht Reus links im Strafraum auf, geht ins 1 gegen 1 mit Esser, sein Abschluss zu lässig, ein Hannoveraner kann klären. 70. Minute Lucia Favre gönnt Wukas Piszczek eine Pause, Marcel Schmelzer kommt für ihn. Aschraf Hakimi rückt dafür auf die Rechtsverteidigerposition. 70. Minute André Breitenreiter stellt 20 Minuten vor Schluss auf Viererkette um, Waldemar Anton rückt ins Mittelfeld. Hannover bekommt in dieser Phase keinen Fuß an den Ball. 67. Minute Es kommt knüppeldick für Hannover. Reus hat Zentralplatz, der Dortmunder Kapitän zieht in den Strafraum ein. Ähnlich wie vor dem 3 zu 0 geht der Ball rechts raus, diesmal ist Geheru zur Stelle und schiebt mit rechts ins Kurze Eck ein. 67. Minute Dortmund zum 4 zu 0. Raphael Geheru ist der Torschütze. 66. Minute Favre droht mit Paco Alcacca, Mario Götze hat Feierabend. 65. Minute Bitter für die Gäste, doch Dortmund hat nach einer kurzen Ruhephase wieder angezogen und 96 so kalt erwischt. Die Elf von André Breitenreiter verpasste es, den Schwung aus Durchgang 1 mitzunehmen, und muss nun zusehen, hier nicht noch weiter auseinander zu fallen. 62. Minute 62. Minute Jetzt brechen die Gäste auseinander. Sancho wird auf seiner linken Seite bedient. Der Engländer hat Platz und zieht in die Mitte. Rechts im Strafraum läuft sich Götze frei. Der Stürmer bekommt die Kugel und schießt mit rechts links ein. Es ist sein zweites Saisontor. 62. Minute und gleich das dritte. Mario Götze erhöht für Schwarz-Gelb. 3 zu 061. Minute Eine erneute Co-Produktion zwischen Hakimi, L. und Reus, R. Der BVB kommt besser in Tritt. Foto, Guido Kirchner, deutsche Presseagentur 60. Minute Dortmund presst sich zum 2 zu 0. Albornoz bekommt den Ball am eigenen 16er. Hakimi rennt im Vollsprint an und luchst ihn dem Chilenen ab. In der Mitte ist Reus mitgelaufen. Hakimi legt vor Esser quer. Der Nationalspieler lupft die Kugel instinktiv über einen hereingrätschen den Gegenspieler ein. 60. Minute ein fantastischer Treffer. Marco Reus mit dem 2 zu 0. 59. Minute nach einer Stunde gönnt sich die Partie eine Pause. Im Mittelfeld geht es weiterhin hoch hier, ohne dass die Zweikämpfe unvergeführt werden. 56. Minute Dortmund kontert wieder über links, diesmal flankt Sancho rechts in den Strafraum, Witzel rutscht vorbei. Hannover fehlt in dieser Phase der Zugriff. 54. Minute Delaney versucht es mit einer flachen Hereingabe von links an den zweiten Pfosten, doch kein Dortmunder bietet sich als Abnehmer an. 53. Minute Dortmund hat zur zweiten Halbzeit weiterhin etwas mehr vom Spiel, doch findet die Partie hauptsächlich im Mittelfeld statt. Große Gelegenheiten gab es noch nicht. 51. Minute Piszczek, der ein gutes Spiel macht, zieht von rechts in die Mitte, sein Linksschuss vom 16er wird zur Ecke geblockt, die in Ballbesitz Dortmund endet. 46. Minute Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Partie, Hannover hatte nach der Verletzung von Saren Rennes-Basier im ersten Durchgang bereits einmal wechseln müssen. 46. Minute Dortmund stößt zum zweiten Durchgang an, weiter geht's. 45. Minute plus 4 Minute Dortmund führt verdient, doch der Tabellen-17. spielt richtig gut mit. Gleich zu Beginn kam Hannover zu zwei guten Chancen, weil dann scheiterte per Kopf an Bürgi, dann schoss Anton nach einer Ecke drüber. Dortmund brauchte einen Moment, um reinzukommen, ehe Rios zwei gute Gelegenheiten auf dem Fuß hatte und Hakimi im Anschluss wuchtig zur Führung traf. Hier ist noch nichts entschieden, hoffen wir, dass es nach der Pause genauso flott weitergeht. Foto Guido Kirchner, Deutsche Presseagentur 45. Minute plus 4. Minute Dann ist Pause. Mit einem 1 zu 0 geht es in die Halbzeit. 45. Minute plus 3. Minute Rios und Delaney liegen beim BVB auf den Boden, sind mit den Köpfen aneinander gerasselt. 45. Minute plus 1. Minute Vossum kommt nach einem Freistoß rechts im Strafraum an einen zweiten Ball, trifft ihn jedoch nicht perfekt. Sein Flachschuss stellt kein Problem für Bürgi dar. 44. Minute A. Pogoma steigt zu hart gegen Delaney ein, entschuldigt sich dafür sofort. Dennoch gibt es gelb. 43. Minute Bitter für den jungen Flügelstürmer, kam Saren Renn-Basee doch gerade aus einer Schienbeinverletzung. Takuma Asano ersetzt ihn. 42. Minute für Saren Renn-Basee scheint es bei den Gästen nicht weiter zu gehen, der Youngster bleibt immer wieder liegen, hält sich das linke Bein. 40. Minute tolle Aktion von Geheru, und eine tolle Parade. Piszczek bedient den Protugiesen nach einem Freistoß von der Mittellinie hoch in der Spitze, der Flügelspieler der Borussia nimmt den Ball mit links direkt, und scheitert am stark reagierenden Esser. 37. Minute Die Spielanteile haben sich durchaus zugunsten der Hannoveraner entwickelt. Die Partie ist offen, wenn Dortmund auch die etwas klareren Aktionen in der gegnerischen Hälfte hat. 36. Minute Rios setzt sich im Mittelfeld gegen Vossum durch, Götze übernimmt und zieht mit Tempo durch die Zentrale. Am 16. Minute legt der nominelle Mittelstürmer rechts raus auf Witzel, doch dessen Rechtsschuss geht weit drüber. 31. Minute Trotz des Rückstandes versteckt sich Hannover nicht und schiebt mit seiner Fünferkette hoch an. Immer wieder schafft es der BVB, sich spielerisch zu wehren, doch immer wieder stellt 96 Dortmund auch vor Schwierigkeiten. Mutiger Auftritt der Niedersachsen. 30. Minute durch Hakimis Tor traf Dortmund im 17. Bundesligaspiel in Folge, nur Bremen kann eine längere Serie vorweisen, 19 Spiele. 29. Minute nach einem Freistoß von Vossum aus dem linken Halbfeld bekommt Dortmund den Ball nicht geklärt, doch die 96er verpassen den Abschluss, ehe Hakimi zur Stelle ist. 27. Minute wieder bei Dantbergkopf, wie nach zwei Minuten, diesmal flankt Vossum von rechts rein, diesmal köpft der groß gewachsene Stürmer die Kugel knapp links vorbei. 26. Minute die Führung geht in Ordnung. Hannover kam richtig gut ins Spiel, sah sich dann allerdings einer aufkommenden schwarz-gelben Welle gegenüber. 24. Minute Hakimi führt den Ball auf der linken Seite, spielt einen Doppelpass mit dem eingerückten Geheru. Der Marokkaner hat dann am 16er freie Schussbahn, versucht es mit rechts, und trifft ins lange Eck. Da hatte Esse keine Chance. 24. Minute und trifft in Person von Ashraf Hakimi. 1 zu 0 für den BVB. 24. Minute Dortmund hat das Tempo angezogen. 22. Minute und nochmal Reus. Diesmal steckt Bischtschek durch für Dortmunds Nummer 11, der Nationalspieler steht frei vor Esser und versucht es mit links, gegen den rechten Pfosten. 21. Minute und dann die beste Dortmunder Chance. Bacalorz spielt einen schlimmeren Rückpass in die Füße auf Götze, der am Strafraum durchsteckt für Reus, doch der Kapitän spitzelt den Ball mit der Peik drüber. 20. Minute nach einem langen Ball auf Geheru leitet der Protugiese die Kugel links raus aus Sancho, der Engländer versucht es mit rechts aus der zweiten Reihe, schießt jedoch drüber. 17. Minute nach etwas mehr als einer Viertelstunde hat Dortmund mit 60% Ballbesitz mehr vom Spiel, die besseren Chancen hatte allerdings Hannover. Es bleibt ein schnelles Fußballspiel, auch weil sich für beide Mannschaften immer wieder Räume bilden. 15. Minute bei Dortmund haben Sancho und Geheru die Seiten getauscht, der Engländer kommt jetzt über links. 12. Minute Dortmund kommt in dieser Phase immer wieder ins Kombinationsspiel, doch Hannover bleibt aggressiv. 96 stellt sich hier keineswegs hinten rein. 9. Minute weil Hakimi nach seinem Ballverlust Müller zu Fall brachte, sieht der Außenverteidiger nachträglich gelb. Richtig gesehen von Schiedsrichter Grefe. 8. Minute Geherus Freistoß gerät zu kurz, der Ball landet im Rückraum bei Hakimi, doch der Maokaner verliert ihn. 8. Minute ist in der Dortmunder Hälfte allein auf weiter Flur und wird dann von Weigel abgelaufen. 8. Minute Ostschulek hält auf rechts gegen Sancho, es gibt Freistoß für Dortmund aus guter Position. 5. Minute Erster Abschluss der Gastgeber, wenn auch nicht ganz so gefährlich, Bischczek flankt von rechts rein, Delaney köpft es, er die Kugel aus 10 Metern in die Arme. 3. Minute starke Auftakt der Gäste, die Dortmund früh attackieren und immer wieder am Strafraum der Borussia auftauchen. 2. Minute und nochmal die Gäste, die anschließende Ecke landet links im Strafraum bei Anton, der die Kugel direkt nimmt, und mit rechts drüber jagt. 2. Minute und gleich die erste Chance für 96. Von rechts flankt links Fussabonutz an den Fünfer, dort köpft Weidand, Bürki ist im rechten Eck und pariert. 1. Minute Dortmund wie gewohnt in schwarz-gelb, die Gäste in Weinrot. 1. Minute Hannover stößt an, der Ball rollt. Vorbericht You'll never walk alone in Dortmund, dann geht's auf den Rasen. In wenigen Minuten ist Anpfiff. Vorbericht Manuel Gräfe wird die Partie als unparteiischer leiten. Vorbericht André Breitenreiter tauscht nach der Niederlage in Bremen dreimal durch, Fossum, Bakalotz und Ostschulek kommen für Weilers, Schwegle und Wirt in die Mannschaft. Michael Esser, Kevin Wimmer, Kevin Ackbegumer, Waldemar Anton, Miko Albornoz, Ivo Fossum, Marvin Bakalotz, Noah Dschulesaren-Renbersee, Nikolai Müller, Matthias Ostschulek, Hendrik Weidand Vorbericht Schauen wir uns die Aufstellungen an, Ömer Toprak sitzt beim BVB zumindest wieder auf der Bank, Marco Reus rückt auf die Zehn. Julian Weigl beginnt erneut in der Innenverteidigung. Roman Bürki, Vukasz Piszczek, Julian Weigl, Abde Diallo, Aschraf Hakimi, Axel Witsel, Thomas Delaney, Jadon Sancho, Marco Reus, Raphael Geheru, Mario Götze. Der Vorbericht in Hannover scheint Trainer André Breitenreiter kurz vor dem Aus. Vergangene Woche unterlag 96 zu Hause weder Bremen mit 0 zu 1, vor allem die Leistung gab schwer zu bedenken. Vorbericht seit sieben Bundesligaspielen wartet Hannover 96 auf einen Sieg, zwei Remi, fünf Niederlagen. Länger blieben die Niedersachsen im Oberhaus zuletzt in der jüngsten Abstiegsaison 2015 Sechzehntel ohne Dreier. Nach 18 Partien einer Bundesliga-Saison hatte Hannover nie weniger Punkte als aktuell. Vorbericht vorbericht denn Dortmund siegte vergangene Woche mit 1 zu 0 in Leipzig und machte damit einen ganz wichtigen Schritt unter schwierigen Bedingungen. Bayern setzte den BVB vorher durch ein 3 zu 1 gegen Hoffenheim unter Druck, zudem fehlten Kapitän Reus und mit Akanji, Zagadu und Toprak gleich drei Rennen-Verteidiger. Heute ist zumindest Marco Reus wieder mit dabei. Vorbericht Borussia Dortmund holte 45 Punkte aus den ersten 18 Bundesliga-Spielen. Jede Mannschaft mit mindestens 45 Zählern zum Vergleichszeitpunkt wurde am Saisonende auch Meister. Und doch sind es halt nur sechs Punkte Vorsprung auf den Rekordmeister. Vorbericht Borussia Dortmund gewann sieben der letzten acht Heimspiele gegen Hannover. Einzig beim 0 zu 1 in der Saison 2014-15 gab es einen Ausrutscher. Auch Lucia Favre hat eine gute Bilanz gegen die Niedersachsen, zehn Siege gab es für den Schweizer gegen 96 und 15 Duellen. Gegen keinen anderen Bundesligisten gewann Favre so häufig. Vorbericht Vorbericht herzlich willkommen zur Partie Borussia Dortmund gegen Hannover 96. Vorbericht Borussia Dortmund Hannover 96 Hannover 96 Hannover 96 Hannover 96